Willkommen zum Thema Energie aus Pflanzen. Diese Felder stecken voller Energie. Denn aus heimischen Pflanzen lässt sich Bioerdgas gewinnen. Dafür hat E.ON eine Bioerdgasanlage gebaut, die seit Anfang 2008 in Betrieb ist. Und so sieht sie aus. Hier werden Pflanzen aus der Umgebung gehäckselt, dann vergoren und mit einer innovativen Technik zu Bioerdgas veredelt, das dann in das bestehende Erdgasnetz eingespeist wird, damit man es auch zu Hause nutzen kann. Und das Ganze ist umweltfreundlich und klimaschonend.